Nummer 34, Dawn Attack, ein deutscher Hengst von Love You aus der Novel Attack. Novel Attack bestritt in ihrer aktiven Zeit 27 Rennen, von denen sie sagenhafte 20 gewann. Sie triumphierte gleich zweimal in der Breeders' Crown und gewann insgesamt fast 180.000 Euro. Sie ist Mutter von Bear Attack, die vor zwei Jahren auf der Breeders' Crown Elite Auktion ebenfalls versteigert wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017